So, wieder ein kleiner Lost Place, eine kleine Gaststätte, dann gucken wir jetzt mal, dass wir da reinkommen. Ja, was steht da? 1721, ist schon eine lange Zeit, schönes Fachwerkhäuschen, ja. Wie gesagt, eine kleine Kneipe, dann versuchen wir mal da irgendwie reinzukommen. Eingang gibt's immer, der offen ist. Auf geht's! Eingang gibt's, die Eingang gibt's. Ja, ja, hab's mir schon gedacht. Ja, jetzt holen wir jetzt klar, bestimmt. Ja, jetzt wird Tom runter. Ja, hab ich's gehofft noch, das hat er jetzt. Ja, so? Die Schleger entführt. Ja. Schon massakiert. Das ist so eine Kneipe oder was, ne? Ja, ja, dann ziehst du eine kleine Kneipe. Was, oben? Ja, oben war ja nicht. Ja, das ist ja hier. Achso, hier geht's auch hoch. Ja. Ja, hier, hier. Kleiner Gastraum. Ach, schön, Theke. Ja, schön. Haben wir nichts? Haben wir nichts? Was darf sein? Ja, jetzt noch die Küche. Ja, ja. Ja, das ist eine Küche. Ja, ja. Waschle ich nicht weg? Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier. Also, trauen wir uns. Holztreppe. Ja, passiert schon nichts. Ja. Ja, hier ist oben auch alles eingestürzt. Also, hier auf dem Dachboden. Ja, das ist mal langsam. Schrittchen für Schrittchen. Ja. Ja. Okay. das ist nun doch ein zimmer hinten verstehe ich nicht warum er hier die tür das ist dachboden oder so hat warte zu machen duschen aber decken höhe ist auch nicht gerade so hoch wo ist denn der raum in deinem zimmer da ist bestimmt der vorderzimmer ja okay ja Ja, aber wo ist denn die Tür da? Hä? Achso. Hä? Wie bist denn jetzt da reingekommen? Da ist bestimmt der eine Aufgang, wo wir... Ja, ja. Warum beide sind wir hier separat da auch hier? Ja, ja. Da war der vorher jeden Trend. Da muss ich schon mal eigentlich wohnen. Ja. So, sonst was ich hier. Oh, wie ist das? Die dicke Datteshafters haben sie auch. Ja. Ja. Das ist los immer wieder raus. Ja. Ausgang. Warte, schau drauf. Jo, danke. Oh. Eine süße, kleine Kneipe. Ja. So. Jetzt waren wir da drin. Ja, wie gesagt, kleines Lost Place. Aber ja, immerhin mal wieder ein neues Abenteuer. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt nichts Großartiges. Aber wie gesagt, macht mir das Plus weg. Bleibt mir treu. Und wir sehen uns. Bis dann. Euer Michel. Peace. Outdoor constructive, War beлюсs. Outdoor Ausúc 되고 Für conception Vor developes.